Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer F1-Männischer-Karriere hier auf unserem Kanal. Heute haben wir das zweite Saison-Rennen, zuletzt der Saisonauftakt in Bahrain. Und dann lief gut von der Pace her, würde ich denken, das war ein sehr, sehr positives Zeichen. Aber wir haben schon wieder unnötig Punkte weggeschmissen. Und zwar hat der Oskar dort ein ganz, ganz schwaches Rennen, einen Fehler nach dem anderen gemacht. Ich hoffe einfach, dass er hier ein konstant gutes Rennen hat, dass er ins Ziel kommt, in die Punkte fährt. Und dann ist es mir auch egal, wenn er halt ein bisschen langsamer ist als Tsunoda. Aber solange er wirklich einfach, einfach konstant das holt, was er holen kann, dann ist es absolut in Ordnung und zufriedenstellend. Boah, ich hab zwar gesagt, es ist okay, wenn er langsamer ist, aber er ist immer noch 6 Zehntel langsamer. Und das, obwohl er jetzt schon 2 Hotlabs hatte. Also das ist dann doch viel, ja. Das ist nicht so ganz das, was ich sehen möchte. Wenn er so 3, 2 Zehntel hinten dran ist, das ist absolut in Ordnung. Aber 6 Zehntel, boah, das ist viel zu viel, wirklich. So, wir sind in Q2. Ihr wisst ja, dadurch, dass wir im Minus sind vom Geld her, können wir zu Beginn dieser Saison wirklich gar nicht upgraden. Können das Auto gar nicht verbessern. Und trotzdem muss ich sagen, gefällt mir die Pace hier nicht so gut. Das ist langsamer, auf jeden Fall langsamer als in Bahrain. Wir sind nicht die zweite Kraft im Qualifying. Nee, ich würde sagen, dritte Kraft und auch Aston Martin, vor allem Noes, ist immer sehr nah dran. Ja, im Q3 sind trotzdem beide unsere Fahrer, obwohl es halt nicht ganz so gut ist von der Pace her. Aber hier muss ich sagen, Zunoda wieder mit einer sehr starken Runde bei Oskar. Hoffe ich schon, dass er noch ein bisschen was wenigstens findet, dass er da, ja, vielleicht wenigstens so in die dritte Reihe kommt. Das wäre schon ganz schön. Aber jetzt ist erst einmal, ähm, gucken angesagt. Ja, schauen, Zunoda verbessert sich. Und natürlich auch Oskar, das ist wichtig. Peres mit einer guten Runde. Der ist erst einmal vor Yuki. Aber der kommt jetzt über die Linie. Was schafft Yuki Zunoda? Oh, das war gut. Und das ist im Moment Platz 2. Leclerc kommt, glaube ich, noch. Ich freue mich noch nicht zu früh. Aber das war richtig krass. Und jetzt, Oskar, was schafft der hier? Ja, nee, bei dem reicht es nicht für weit vorne. Ja, nur Platz 8. Das ist überhaupt nicht gut. Jetzt kommt Leclerc. Der wird sicherlich noch vor Zunoda wiederkommen, oder? Ja, Leclerc auf die Pole. Stark auch von ihm. Und dann müsste es das jetzt gewesen sein. Nee, Ocon noch. Ah, Ocon. Ocon kommt noch. Schlägt er hier Oskar? Nee, tut er nicht. Okay. Okay. Die Plätze 3 und 8. Mit BSW bin ich nicht zufrieden. Bei dem wäre mit einer guten Runde sicherlich Platz 6 möglich gewesen. Aber Yuki richtig, richtig stark. Also, bis auf eine Zehntel dran an den Red Bull. Wenn das im Rennen genauso ist, haben wir hier eine realistische Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Das muss man mal so sagen. Also, das wäre es schon, ja, das ist deutlich besser jetzt sogar als in Bahrain. Zumindest bei ihm. Bei PS2 ist es schlechter. Aber bei Yuki ist es auf jeden Fall besser. So, ihr habt ja die Rennstrategie. Okay, PSW startet auf Mediums, geht dann auf Softs. Bei Yuki ist es genau umgedreht. Will einfach mit Oskar einen langen erstes Sint haben. Vielleicht haben wir dann Glück mit einem Safety Car, wovon er profitieren kann. Das muss man dann schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Jetzt geht es rein. Großer Preis von Saudi-Arabien. Hier vorne der Red Bull auf Mediums. Das ist Leclerc. Verstappen ist auf Softs. Also, bei denen ist es genau umgedreht. Da startet das hinterher Auto auf Softs. Mal schauen, was sich am Ende als besser herausstellen wird. Die fünf roten Lichter sind an und es geht los. Hier in Cheddar. Was für Starts gelingen. Ja, ja, ganz in Ordnung. Also, ich hoffe mal, dass niemand einen Platz verliert. Ja, Oskar jetzt wird von Sainz angegriffen. Der ist aber auf Softs. Also, das ist nicht ganz so schlimm, wenn der vorbei geht. Mal schauen, ob er das auch wirklich durchziehen kann. Yuki hat seinen Platz da locker behauptet. Kann sich auch schon gut absetzen hier von den beiden Ferrari. Also, das lief gut. Und Oskar hat halt leider jetzt diesen Platz verloren, oder? Kann er da noch so dagegen halten, dass er doch am Ende davor bleibt? Das wäre schon geil. Jetzt ist er innen. Das nützt nicht viel, aber es reicht, um davor zu bleiben. Sehr schön. So, wir starten gerade in Runde 8 dieses Rennens und es ist in Ordnung bisher. Also, Zunoda kann zumindest mit Leclerc mithalten. Für Verstappen reicht es nicht. Piestu jetzt sogar mal auf Rang 7 vor. Sehr schön. Der kann jetzt hoffentlich wieder ein bisschen rankommen an die Ferrari und an Nobles. Mal schauen, wie da die Paces. Und ja, für Yuki sieht es gut aus. Jetzt konnten sie sogar vorne aufschließen zu Verstappen. Was natürlich Leclerc ordentlich in die Karten spielt. Und der ist jetzt noch auf Medium. Also, Leclerc in einer richtig guten Position. Aber auch Zunoda. Seine Reifen sind besser. Ja, ich denke, das sieht nicht schlecht aus hier. Jetzt ist sogar Piestui im DRS von Nobles. Das ist auch nicht schlecht. Also, für beide würde ich sagen, geht hier die Orientierung nach oben. Das ist nochmal von der Renn-Pace, glaube ich, sogar etwas besser als in Bahrain. Das ist einfach geil. Also, man muss es wirklich so sagen, dass Yuki hier mit den beiden Red Bull mithalten kann. Das ist schon echt krass. Aber Leclerc macht mir halt Angst, ne. Wenn der jetzt auf Mediums schon so schnell ist, dann frage ich mich, was der jetzt gleich auf Softs dann machen wird. Ja, mittlerweile hat sich das Rennen aber in eine ganz, ganz schlechte Richtung entwickelt. Die Red Bulls sind inzwischen weit weg gewesen von Zunoda. Verstappen ist jetzt mal in der Box. Und die Ferrari sind rangekommen. Und zwar richtig. Die sind nur noch vier Sekunden dahinter. Also, man muss ehrlich sagen, ja, seitdem ich hier das gelobt habe, ja, wie gut die Pace ist, ging es eigentlich nur nach hinten. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so wenigstens dann wieder stabilisiert im Zweiten sind, dass wir vielleicht wirklich wieder ein Podium holen können mit Yuki. Und Oskar hoffentlich kommt dann noch mal näher ran an die Ferrari. Jetzt muss er erstmal aufpassen, weil Albon jetzt aus dem DHS raus ist. Und das ist halt, ja, also ich weiß nicht, ne. Aber, dass Oskar hier so von den Aston Martin die ganze Zeit beschäftigt wird und jetzt sogar geschlagen wird im Moment, das gefällt mir halt nicht. So, ihr seht, Yuki war jetzt drin, ist zurückgefallen auf Rang 11. Hat Okon direkt vor sich, den konnte er jetzt aber direkt wieder überholen, sehr gut. Und jetzt gab es eine gelbe Flacke. Wie, oh nein, VSC! Das spielt natürlich Leclerc maximal in die Karten. Das ist für Leclerc perfekt. Und für Oskar, muss man aber ehrlich sein, ist es auch nicht schlecht. Der kann jetzt stoppen. Er kommt rein für Softreifen. Ich hoffe einfach, dass es so lange draußen bleibt, aber müsste im Normalfall schon sein. Und die vorne kommen nicht rein. Hat doch hier Magnus und kommt mit rein, okay. Okay, und es ist halt jetzt schwer mit Soft zu Ende zu fahren. Aber es ist nicht unmöglich. Ja, hier sieht man es. Die sind am Ende wahrscheinlich komplett, am Ende sind komplett tot. Aber es ist möglich, das zu schaffen. Und das müssen wir jetzt ausnutzen, diese Möglichkeit. Leclerc raus! Leclerc ist raus! Und wir haben das nächste VSC! Und das werden die jetzt nutzen, oder? Nein! Albon nur! Stroll auch! Aber das ist ja mal mega überraschend. Aber Leclerc raus! Okay! Das stellt das Rennen natürlich nochmal komplett auf den Kopf. Denn das gibt die Möglichkeit für Yuki Tsunoda, hier vielleicht Max Verstappen zu schlagen. Jetzt waren nochmal welche drin. PS3 ist nur neun da. Ah! Ah! Da geht auch nicht mehr viel bei ihm. Perez ist jetzt drin. Den wird er... Nächstes VSC! Was ist denn jetzt los? Ist das hier ein Bug oder wie? Sergeant raus! Okay, ganz kurze Zwischendan. Ihr seht es hier. Verstappen ist ca. 5 Sekunden vor Yuki. Dann haben wir Russell, Bottas, Perez. Ne riesen Gruppe hier. Die geht bis auf Rang 10. Auch Oskar ist da drin. Und... Ja! Ich hoffe, dass er noch ein, zwei Positionen am Ende wenigstens weiter vorne ist. Das wäre schon nicht schlecht. Und vorne... Es schiebt sich zusammen, ne? Yuki, komm dran an, Max! Mach so weiter! Du hast hier die Möglichkeit, das Rennen zu gewinnen. Come on! Ich glaube, die Pace reicht nicht ganz. Es sind immer noch drei Sekunden. Wir haben auch nur noch zehn Runden hier. Er ist ganz leicht schneller. Jetzt zum Beispiel nicht mal ganz eine Zehnte. Mal gucken jetzt. Ja, jetzt wird das sogar langsamer sein. Ne, und jetzt ein Safety Car. Okay. Okay. Und jetzt schiebt sich vorne alles komplett zusammen. Magnussen ist aus dem Rennen raus. Ich überlege jetzt gerade, ob wir mit Yuki reinkommen sollen. Der hat nochmal frische Softs. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Hier alles riskieren. Wir könnten ein Podium verlieren. Wir könnten aber auch dieses Rennen gewinnen. Come on! Er ist jetzt auf Rang 6. Das ist weit hinten. Aber es ist in Ordnung. Und man kann von Platz 6 aus hier auch noch was schaffen. Weil ich glaube, ansonsten hätten wir gegen beide Ferrarien noch die Position auch verlieren können. Weil die waren schon echt schnell auf ihren Softreifen. Jetzt hat Yuki aber die ganz frischen Softs. Und hat hier vielleicht die Möglichkeit, das Rennen... Ja, zu gewinnen wahrscheinlich nicht. Aber auf dem Podium auf jeden Fall zu finishen. Jetzt geht's weiter. Er kann natürlich jetzt pushen ohne Ende. Das machen wir auch bei ihm rein. Und dann müssen wir jetzt einfach irgendwie hoffen. Wir müssen hoffen, dass sich dieses Risiko jetzt auszahlt. Noch vier Runden sind zu gehen. Und der hat sich schon Albon geschnappt. Let's go! Eine Runde ist jetzt erstmal absolviert nach dem Safety Car. Und Yuki ist vor auf Rang 3. Der hat hier nicht nur eine Möglichkeit, auf dem Podium zu enden. Der kann dieses Rennen wirklich gewinnen. Dafür muss er aber jetzt auch noch an Checo Perez vorbei. Schafft er das jetzt vielleicht? Schafft er das jetzt? Nein! Schafft er nicht! Bitte! Aber in die letzte Kurve! Yuki auf Rang 2! Vorbei an Checo Perez! Und Yuki führt dieses Rennen an. Er holt sich auch Verstappen jetzt noch. Was ist denn hier los? Unglaublich! Während Piestui sich gerade Platz 6 schnappt, führt Yuki Tsunoda dieses Rennen an und kann sich vorne absetzen. Der ist fast zwei Sekunden weg. Das muss es sein! Mach keinen Fehler! Nicht mehr pushen! Alles ist gut! Oh mein Gott! Das muss reichen! Das muss reichen! Das kann gar nicht nicht mehr reichen! Und Piestui? Was macht der hier noch? Oh! Nein! Der wird nur 6 da! Es sah nach Rang 4 aus! Am Ende ist es Platz 6! Aber das ist alles egal! Denn dieser Mann hat es einfach geschafft! Der gewinnt das Rennen! Wir gewinnen das zweite Saisonrennen! Und melden uns! Ich glaube das kann man sagen! Im Titelkampf an! Wir haben uns hier mit dem Titelkampf angemeldet! Wir schauen uns das Fahrerwm mal an! Und... Haha! Geil! Yuki führt! Das ist... Das ist krass, ne? Na klar! Ähm... Das Rennen war so chaotisch! Ich weiß gar nicht wie viele VSCs es am Ende waren! Wir hatten dann noch das normale Safety Car! Was uns hier natürlich dieses Rennen dann... Ähm... Ja diesen Sieg ermöglicht hat! Aber! Dass wir überhaupt das Risiko eingegangen sind! Hier unser Podium! Äh... Funktioniert! Wirklich! Das ist jetzt am Ende mit 5 Sekunden Vorsprung! Ähm... Das ist wirklich krass! So nur da für die WM an! Oskar holt sich immerhin 8 Punkte! Aber ich bin nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung! Hätte er hier wenigstens Stroll... Platz 5 wäre gut gewesen! Platz 6 in Ordnung! Aber... Das geht auf jeden Fall noch besser in den nächsten Rennen! Konstruktors-WM! Red Bull noch 5 Punkte vor uns! Äh... Ausseht! Hätte ich niemals geglaubt! Ja! Und dann... Was auch mit dieser mega erfolgreichen Folge hier! Ähm... Ihr seht's! Wir sind jetzt wieder ganz leicht im Plus bedeutet! Dadurch, dass jetzt nach Australien die Pause kommt! Diese... Diese Frühlingspause nenne ich sie einfach mal! Könnten wir dann vielleicht für Baku... Oder dann wahrscheinlich für Miami oder spätestens für Imola... Ähm... Dann auf jeden Fall unsere ersten Upgrades der Saison bekommen! Beziehungsweise die ersten Upgrades seit Bahrain! Wir haben ja vor Bahrain schon ein paar gemacht! Bis wir dann zur Nude eingestellt haben, dann war das Geld ja weg! Ähm... Und deshalb glaube ich schon, dass wir... Dass wir uns auch noch steigern können! Ja, ich meine... Im Moment... Müssten wir uns gar nicht wirklich steigern, um eine Chance vielleicht zu haben, diesen Titel zu holen! Auch Ferrari ist allerdings da dran! Und daran sieht man ja... Das ist halt... Ja... Pace-technisch ist Red Bull natürlich schon noch ein bisschen in der eigenen Liga! Aber wir haben eine Chance, ne? Vor allem wenn Red Bull so Fehler macht wie Leclerc jetzt hier... Dann haben wir vor allem mit zur Nude, glaube ich, eine gute Chance... Vielleicht einen Titel zu holen! Wer weiß, wer weiß! Und wenn nicht, dann schaffen wir es halt hoffentlich dann in der nächsten Saison! Das ist ja eigentlich generell das große Ziel hier mit Williams! Ja... Lass gerne ein Like und ein Abo da! Aktiviert die Glocke, um in Zukunft... Keine Videos mehr zu verpassen! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Bis dahin! Macht's gut! Bis dahin!